Unter dem Markennamen Süßen ist die Spindelfabrik Süßen GmbH bei ihren Kunden weltweit bekannt. 1920 wurde die Firma in Süßen am Fuße der Schwäbischen Alb gegründet. Die kleine Werkstatt von damals hat sich mittlerweile zum Global Player entwickelt. Süßen ist der weltweit führende Hersteller von Spinsystemen und Komponenten für die Textilmaschinenindustrie. Doch was bedeutet das konkret? Garn wird aus Naturfasern wie zum Beispiel Baumwolle oder Wolle, Chemiefasern wie Polyester oder Polyacryl oder deren Mischungen gesponnen. Aus diesen Garnen werden Stoffe gewebt oder Gestricke hergestellt, welche zu Kleidung, Heimtextilien oder sonstigen technischen Textilien weiterverarbeitet werden. Ein umfangreicher Prozess. Vom Baumwollfeld bis zur fertigen Jeans braucht es um die 30 Prozessschritte. Süßen hat sich auf einen dieser Prozessschritte, auf das sogenannte Spinnen von Garnen, spezialisiert. Das Spinnen erfolgt heute auf Hightech-Maschinen, die in den Spinnereien rund um die Uhr 24 Stunden an 7 Tagen die Woche laufen und dabei Garn mit Geschwindigkeiten von 20 bis über 500 Metern pro Minute produzieren. Das Produktportfolio von Süßen umfasst Spinnsysteme und Technologieteile für alle vier weltweit eingesetzten Endspinnsysteme. Ringspinnen, Kompaktspinnen, Luftspinnen und Rotorspinnen. Mit den Kompakt-Spinnsystemen ist das Unternehmen Weltmarktführer, ein sogenannter Hidden Champion. Die Firmengruppe Süßen beschäftigt in Süßen, Tschechien und in China über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 2001 ist Süßen eine Tochtergesellschaft des Rita-Konzerns, dem weltweit führenden Textilmaschinenhersteller mit Sitz in Winterthur, Schweiz. Gemeinsam mit dem Schwesterunternehmen Wilhelm Stahlecker GmbH, welches unter demselben Dach auch in Süßen ansässig ist, wird ständig die Forschung und Entwicklung weiter vorangetrieben. Während früher die Kunden im Filztal ansässig waren, agiert Süßen heute als exportorientiertes Unternehmen und vertreibt seine Produkte weltweit, überwiegend nach Asien. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, liegt der Fokus auf ständiger Innovation kombiniert mit Fertigungs-Know-how und einem engagierten globalen Süßen-Team, um so den Technologievorsprung zu bewahren und weiter auszubauen. Die Fertigungskompetenz umfasst ein sehr breites Wissen. Die Herstellung der Technologieteile und Baugruppen wird durch die Grundsätze Präzision, Innovation und Intelligenz geprägt. Dieses Setup verbindet alle gängigen Fertigungsverfahren der Maschinenbauindustrie, welche bei der Spindelfabrik Süßen eine Anwendung finden. Immer mehr Roboter werden in die Arbeitsprozesse integriert und damit wird die Automatisierung weiter vorangetrieben. Automatisierte Montagebänder und Montagearbeitsplätze auf dem neuesten Stand der Technik, wo Mensch und Roboter Hand in Hand zusammenarbeiten, gewinnen immer mehr an Bedeutung. Um die exzellente Qualität sicherzustellen, kommen Messmaschinen teilweise vollautomatisch mittels optischer Erkennung und Robotertechnik zum Einsatz. Auch Sondermaschinen, die speziell für die besonderen Fertigungsansprüche der Technologieteile von Süßen konstruiert wurden, finden sich in der Fertigung wieder. Durch den hohen Grad an Spezialisierung und Automatisierung entstehen qualitativ sehr hochwertige Produkte, die sich durch Gleichmäßigkeit und Langlebigkeit auszeichnen. Die Spindelfabrik Süßen investiert in die Zukunft, indem sie qualifiziertes Personal selbst ausbildet. Neben den gewerblichen Berufen Industriemechanikerin, Zerspanungsmechanikerin und Produktdesignerin werden auch Industriekaufleute und Dualstudierende in den Fachrichtungen Maschinenbau und Betriebswirtschaftslehre ausgebildet. Nicht nur in der Produktion, sondern auch in der Verwaltung steht der kontinuierliche Verbesserungsprozess im Vordergrund. Offene Kommunikation, Visualisierung von Kennzahlen und das Streben nach ständiger Verbesserung prägen die Unternehmenskultur. Ein exportorientiertes Vertriebsteam mit einem weltweiten Agentennetz, Marketing mit internationalen Messeauftritten und die allgemeine Verwaltung eines mittelständigen Maschinenbauunternehmens sind ebenfalls in Süßen angesiedelt. Durch enge Zusammenarbeit von Forschung und Entwicklung mit der Konstruktion entstehen kontinuierlich neue Innovationen, die die textile Welt begeistern. Die jüngste Innovation Compact Apron, ein Kompaktiersystem für Ringspinngarne, wurde im Jahr 2023 mit dem Innovationspreis der Region Göppingen ausgezeichnet. Stets angetrieben, die Parameter der Garnqualität zu verbessern, Energiebedarf zu reduzieren und die Performance zu erhöhen, entsteht ein sich ständig verbesserndes Produktportfolio. Dieses wird Süßen auch in Zukunft den Platz auf dem Weltmarkt sichern und zwar ganz vorne an der Spitze. Süßen – Inspiration für die Spinnindustrie.